Uiuiuiui, je näher man hinschaut, umso mehr Warnsignale sieht man und um das vielleicht gleich mal klarzustellen, damit sage ich nicht, wir werden einen Crash erleben, aber ich sage sehr wohl, das Risiko vor allem für jene Sektoren und für jene Aktien, die seit der Impfstoffhoffnung Anfang November letzten Jahres besonders profitiert haben, die sind jetzt im besonderen Risikoumfeld oder die sind jetzt deutlich gefährdeter als zuvor, denn die Warnsignale, die kommen aus sehr sehr vielen Risiken. Und wir wollen uns das mal anschauen, wie gesagt, das ist keine Crashprognose, ich sage nur, die Risiken steigen vor allem für jene Sektoren, die besonders gut gelaufen sind, die richtig performt haben und die letztendlich darauf basieren, auf dem sogenannten Reopening Trade, wie die Amerikaner sagen oder der Reflations Trade, könnte man auch sagen, also die Vorstellung, die Wirtschaft, die springt ganz toll an, dann entsteht Inflation, dann muss letztendlich irgendetwas passieren mit den Renditen. Dass die weiter steigen, aber es könnte sein, dass wir jetzt vor fallenden Renditen stehen und wir haben gestern schon fallende Renditen am US-Anleihenmarkt gesehen, aber den Aktienmärkten hat es nicht geholfen, denn offenkundig ist das auch eine Flucht in die sicheren Häfen. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal nacheinander an, was wir hier sehen, ist einer der wichtigsten sicheren Häfen, in Anführungszeichen, nämlich der Dollar, der Dollarindex. Und wir sehen, das sieht irgendwie nach einer echt gelungenen Bodenbildung aus, jetzt im größeren Zeitfenster. Der Chart reichte zurück eben bis zum November, damals der Dollar runter, eben mit dieser Impfstoffmeldung vom 9. November, Pfizer, BioNTech. Jetzt sehen wir, die ganze Geschichte geht deutlich nach oben, der Euro auf dem Weg nach Süden etc. in Relation zum Dollar. Und wir sehen eben eine nachgebende Rendite für US-Staatsanleihen. Wie gesagt, normalerweise eigentlich wäre das ganz gut, aber das hat gestern nicht geholfen. Und wenn wir uns jetzt mal darunter die Währungen anschauen, die gut performen, sehen wir an Nummer 1, japanischer Yen, eigentlich eine Flucht in den sicheren Hafen. Zweitens, der Schweizer Franken, auch eine Flucht in den sicheren Hafen. Und unten sehen wir, der australische Dollar gegen US-Dollar. Und dann sehen wir, da ist eine mögliche potenzielle Schulter-Formation. Wir sehen Schwäche beim australischen Dollar, der ja so ein bisschen ein Proxy für die Weltwirtschaft ist. Man kann zum Beispiel australischen Dollar gegen Yen handeln, wenn man meint, dass Risk-On angesagt ist, dass also dann auch die Aktienmärkte steigen. Dann steigt normalerweise auch der australische Dollar zum Yen, der wie gesagt ein defensiverer Sektor ist oder eine defensive Währung ist. Eine sichere Fluchtwährung in Anführungszeichen angesichts der Verschuldung der Japaner. Aber sei es dumm. Also hier sehen wir von der Währungsseite her, Dollarindex wie auch andere Währungen, klare Warnsignale. Dann haben wir gestern ja in der Kurse gesehen, S&P 500, dreiviertel Prozent im Minus. Ging dann noch relativ dynamisch nach unten, nachdem man ja lange Zeit im Plus war. Nasdaq minus 1,12, Nasdaq 100 besser, 0,53, aber vor allem Small Caps über 3 Prozent im Minus. Und der wichst die Wohler um 7 Prozent gestiegen und das vor dem Hintergrund, dass wir am Montag die größten Zuflüsse hatten in den Triple Q, also in dieses maßgebliche Nasdaq ETF seit dem Jahr 2000. Also alle nochmal schnell rein in Tech, nachdem Tech ja vorher nicht so gut gelaufen war. Und es könnte sein, dass Tech jetzt, falls die Renditen weiter fallen, Flucht in den sicheren Hafen, möglicherweise sich besser hält als eben Value. Wir werden sehen. Aber schauen wir uns diese Grafik nochmal an, die ich gestern Abend schon gezeigt hatte. Hier sehen wir, wir haben jetzt sieben Wochen ansteigende Renditen gesehen. Wie performt der S&P 500 nach einer Periode von sieben Wochen ansteigender Renditen? Nicht so richtig gut, in den meisten Fällen ist das tendenziell negativ. Und das hat durchaus Gründe und die sehen wir hier. Denn wir sehen auch, dass jetzt in den letzten Tagen und Wochen die Realrenditen, also Renditen minus Inflation, gestehen sind, sind weniger negativ geworden. Und wie hier Nordea zeigt, Perioden mit fallenden realen Renditen, die gehen meistens voraus an einem starken Aktienmarkt und Perioden mit steigenden Realrenditen, gehen meistens einer etwas schwächeren Phase voraus für die Aktienmärkte. Und hier hat Nordea hier mal diese Grafik gezeigt, die das ein bisschen auf den Punkt bringt. Das heißt, die Gewinnerwartungen der S&P 500-Unternehmen dürften sinken. Und ich hatte schon öfter Grafiken gezeigt, die, wo, wie manche sagen würden, aus dem Bereich Loda Matthäus zum Beispiel, die, wo also zeigen, dass hier durchaus die Margen der Unternehmen leiden dürften, denn die Inputkosten sind deutlicher gestiegen, als eben das, was die Firmen an Verbraucher haben weitergeben können. Und jetzt sehen wir auch den KBW-Banken-ETF, praktisch die US-Banken, die ja zuletzt super gelaufen sind. Die JP Morgan, die Goldman Sachs haben dafür gesorgt, dass der Dow Jones auf ein Allzeithoch gestiegen ist. Die Finanzwerte waren jetzt extrem gesucht, Versteilung der Zinskurve, Anstieg der Renditen, all das war sehr schick für die Banken. Aber wir sehen hier beim KBW-Bankenindex, hier von Michael Silber wieder der Chart, vorhin der Dollar-Chart vom Dollar-Index, der war übrigens von Capital.com. Fast hätte ich das vergessen, aber Gott sei Dank ist mir das noch eingefallen. Aber jetzt sehen wir hier, KBW-Bankenindex nach oben ausgebrochen, Fehlausbruch, Fragezeichen, negative Divergenz oben im RSE sichtbar. Und wenn wir uns mal anschauen, wer hat denn die meiste Exposure zu Finanzwerten jetzt bei den US-Indizes, dann ist es der Russell 2000, IWM ist das maßgebliche ETF und das sind mehr als 20 Prozent. In diesem Index sind Finanzwerte, vor allem regionale Banken etc. Dann kommt Healthcare Industrials, die werden auch relativ stark betroffen von nachlassender Bereitschaft, hier an diesen Reopening Trade zu glauben. Und wir sehen hier mal das TLT-Anleihen-ETF, also ein ETF, das praktisch die länger laufenden US-Staatsanleihen abbildet. Sehen wir hier jetzt deutliche Erholung, es ging ja nur nach unten, weil die Renditen nach oben gegangen sind. Aber wir haben eine positive Divergenz beim RSE oben. Und das bedeutet, da ist die Chance nicht schlecht, dass jetzt diese Bewegung, die wir gesehen haben, nämlich steigende Renditen, erstmal zurückgenommen wird. Und wenn man sich mal CBC anschaut, also praktisch die Berichterstattung in den USA, da ist Deutschland ein entscheidender Faktor. Da sagt man immer wieder, Germany hier hat jetzt richtig Lockdown bis Mitte April. Und dieser ganze Reopening Trade wackelt damit ein bisschen. Und Germany ist für die Amerikaner gleich Europa. So hat man den Eindruck. Jedenfalls sehen wir hier, da könnte durchaus jetzt was passieren, zumal ja alle auf steigende Renditen positioniert sind. Praktisch ein Squeeze wäre da jetzt nicht unwahrscheinlich. Und nächstes Warnsignal, wie gesagt, ich versuche jetzt nicht zu bärisch zu sein. Also es kann gut sein, dass weil wir überverkauft sind, zum Beispiel im Russell 2000, auch in anderen Indizes, im kurzen Zeitfenster, im sehr, sehr kurzen Zeitfenster übergeordnet sind, wäre nach wie vor extremst überkauft, wie ich gleich zeigen werde. Aber das heißt, darum können wir durchaus eine Erholung sehen. Aber die ist nach meiner Auffassung, nach meinem Empfinden, mit Vorsicht zu betrachten. Wir sehen, was gestern zum Beispiel an der Wall Street gut gelaufen ist, Utilities, also Versorger, Defensiv. Die gehen meistens nach oben, wenn die Renditen fallen, weil die praktisch so eine Art Staatsanleihenersatz ist, weil sie eine sehr gute Dividendenrendite haben. Consumer Staples, Defensiv, Real Estate, Defensiv. Gut, dann kommt die Technology, hat sie gestern besser gehalten. Und da weiter unten sehen wir Financial Energy, Industrials und Materials. Industrials und Materials sind natürlich hier auch diese Reflations-Trace. Die Wirtschaft wird sich toll erholen, Trades, die sind gestern unter Druck gewesen. Und wir sehen jetzt, dass seit dem 15.03., also seit Mitte des Monats, wir jetzt die Situation haben, dass die Werte, die seit Jahresbeginn am besten gelaufen sind, jetzt am schlechtesten performen, wie Bespoke hier zeigt. Also die sind deutlich im Minus. Die am besten gelaufen sind, sind jetzt 12,5% im Minus seit gut einer Woche. Also da kehrt sich die ganze Geschichte um. Und offenkundig ist da etwas irgendwie der Fall, dass jetzt alle in sichere Häfen wollen. Sichtbar am Devisenmarkt, sichtbar jetzt langsam auch am Anleihenmarkt und sichtbar eben auch am Aktienmarkt, in dieser Sektor-Rotation, die wir jetzt haben. Einer der Gründe, nach meiner Auffassung, ja, also wenn Sie jetzt mich fragen, eine subjektive Einschätzung gewissermaßen. Ich hatte das Gefühl, die Bank of Canada hat gestern ja mitgeteilt, dass man im Prinzip die ganzen Pandemic-Bailout-Facilities abschaffen werde. Also praktisch diese Sondermaßnahmen, die man ergriffen hat im Rahmen der Corona-Krise. Faktisch bedeutet das, dass die Bank of Canada jetzt klar gesagt hat, wir machen Tapering. Wir führen also die Anleihekäufe zurück Richtung Null. Denn es sei genug Liquidität im System und da sehen Sie den Jerome Powell, der sieht irgendwie so aus wie Stan Laurel. Der schaut da ein bisschen betröppelt, der sieht es noch ganz anders. Aber das ist sozusagen vielleicht das erste Signal. Und nach meiner Auffassung, ich habe das, vielleicht ist das Zufall, aber es ist ziemlich zeitgleich passiert mit dieser Ankündigung, dass dann auch die Horstsee da ein bisschen weniger gut gelaunt war. Und wichtig auch, was in New Zealand, in Neuseeland beschlossen wurde. Da sehen wir zum Beispiel stark fallende Anleiherenditen, weil die Regierung gesagt hat, wir werden jetzt die Anstiege der Immobilienpreise dadurch unterbinden, indem wir Spekulationen massiv erschweren, extrem versuchen hier diese massiven Preisblasen am Immobilienmarkt hier zu verhindern. Das ist so eine Post-Corona-Maßnahme, die wahrscheinlich in vielen westlichen Ländern kommen wird. Der autoritäre Staat wird es ermöglichen. Und genau das ist eines dieser Punkte, die für mich darauf hinweisen, wie die Welt nach Corona aussieht, wenn das mal irgendwann vorbei sein sollte. Hier ein Chart von Sven Henrik, der zeigt, das ist der S&P 500. Jetzt eben mit dem Aufwärtstrend seit November 2020, also seit dieser Impfstoffmeldung. Und der ist jetzt zumindest in Gefahr. Wie gesagt, ich sage nicht, und das nochmal, wenn ich da komme, dann immer wieder 500 Kommentare. Hier der Fug, mal nicht mehr negativ, gell. Nein, ich sage nur, es ist jetzt schwieriger für diese Reflations-Trades, für diese Trades, die eben davon ausgehen, dass diese Sektoren, die stark getroffen waren, sich besonders gut erholen. Das ist jetzt zumindest rückschlaggefährdet. Eine Korrektur, nicht ein Crash. Wer weiß, vielleicht sehen wir einen Wendepunkt. Denn wir haben am 23. März 2020, also praktisch gestern vor einem Jahr, das absolute Tief gesehen. Vielleicht haben wir jetzt das hoch gesehen, das weiß ich nicht. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie jetzt Chance-Risiko-Verhältnisse sich im kurzen Zeitfenster verändert haben. Hier der S&P 500 eben in Gefahr, diesen Aufwärtstrend zu verlassen. Wie gesagt, eine Gegenreaktion auf die Überverkauftheit von gestern ist möglich. Bei den verschiedenen Indizes, hier sehen wir nochmal die Performance seit dem Tiefen am 23. März. Vor allem der Russell mit 126%. Und wie gesagt, der Russell ist nach meiner Auffassung jetzt der gefährdetste Index. Und wir haben jetzt die beste 12-Monats-Entwicklung seit dem Jahr 1936. Also der S&P mit 76%. Das gab es zuletzt 1936. Die Boomer unter Ihnen werden sich noch sehr gut daran erinnern. Und wir sehen, dass das hier das absolute Highlight ist, seit es den S&P 500 gibt. Den gibt es nämlich erst seit 1957, diesen Light-Index der Welt, wenn man so will. Also das ist die Bestentwicklung ever, die wir hier gesehen haben. Dementsprechend wäre es ja vielleicht auch jetzt nicht so fürchterlich erstaunlich, wenn da mal Busy Luft rausgenommen wird und Stonks nicht always go up. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt die Aktienmärkte auch in den letzten 12 Monaten die beste Performance hatten in einer Dekade, seit also 10 Jahren. Praktisch seit eben der Finanzkrise oder dem Post-Finanzkrise, der Reaktion dann auf die Finanzkrise. Ab 2009 ging es herauf für die Aktienmärkte. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall in Relation Equities to Bonds. Bonds wurden ja jetzt abverkauft zuletzt. Und wir sehen, dass aber vorher ja eine Bond-Rallye der Fall war. Wie selten gesehen, die Anleiherenditen sind ja ständig gefallen. Also das ist eine Outperformance von Aktien gewesen, die vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger jedenfalls wird. Und auch die Robinhooder, die scheinen jetzt langsam andere Dinge zu tun, als eben zu traden. Wir sehen, dass das Trading-Volumen über diese Neo-Broker in den USA wieder etwas zurückgeht, weil die Leute eben teilweise vielleicht auch wieder zur Arbeit gehen und nicht zu Hause sitzen und mit einer App agieren. Kommen wir zu Deutschland. Das ist vielleicht einer der Sorgenkinder, auch für die Wall Street, praktisch als Synonym für Europa, wenn man so will. 15.800 Fälle, sehr hoch. Wir sehen, dass vor allem die Inzidenz weiter sehr hoch ist. Und wir sehen, die aktiven Fälle sind jetzt so hoch wie seit Anfang Januar nicht mehr, mit 170.000. Und die großartige Politik der Bundesregierung schadet offenkundig den Zustimmungswerten der Union, also CDU, CSU im freien Fall, nur noch 4 Prozentpunkte vor den Grünen. Hier vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Also ich will keine Politiker-Schelte billigerweise betreiben. Politiker sind schuld. Das sind schwierige Situationen, in denen diese Herrschaften agieren. Aber es gibt eben zuletzt doch, vorsichtig formuliert, ein paar Gedankenlosigkeiten, die man hier beschließt. Wahrscheinlich auch, weil dann um 3, 4 Uhr nachts irgendwelche Beschlüsse dann gefallen, die dann auch so Kompromisse sind, die vorne und hinten keinen Sinn machen. Also wie zum Beispiel jetzt die Schließung von Gründonnerstag. Was meinen Sie, was da los ist jetzt in Beamtenstuben im öffentlichen Dienst? Jetzt heißt es ja, Gründonnerstag ist Ruhetag. Das ist dann juristisch praktisch Feiertag, nicht? Und dann werden die Beamten jetzt eben auch nicht arbeiten am Gründonnerstag. So schaut es einfach aus. Da ist jetzt richtig Partystimmung. Davon können Sie mal ausgehen. Das betrifft dann auch Lehrer etc. Also es ist auch eine Sondermaßnahme, die etwas seltsam ist. Es ist ein autoritärer Staat, der hier etwas verkündet, was nach meiner Auffassung überhaupt keinen Sinn macht, epidemiologisch. Aber sei es drum. Jedenfalls leidet die CDU, CSU darunter. Wir haben heute die Einkaufsmanager in die CSU um 9.30 Uhr. Das wird interessant. Aus dem März frische Daten. Und hier noch ein Hinweis im Suezkanal. Da ist ein großes Containerschiff gestrandet sozusagen. Das liegt quer und blockiert jetzt den gesamten Suezkanal. Da kann also nichts durch derzeit. Und das ist ein Riesenproblem. Und ein Riesenproblem ist eben jetzt auch das, was auf die Märkte vielleicht dazukommt mit dem nächsten Monster-Stimulus-Infrastruktur. Gleichzeitig aber Erhöhung der Unternehmenssteuern. Gleichzeitig Erhöhung der Steuern für Gutverdiener in den USA. All das würde aber niemals reichen, um die nächste Schuldenbombe, die Biden offenkundig plant, hier zu finanzieren. Und der Hannes Ziffel hat einen Artikel geschrieben gestern Abend, auf den ich Sie, falls Sie ihn noch nicht gelesen haben, bei Finanzmarkwelt nochmal gesondert hinweisen möchte. Wo ist Wirtschaft von 9 Monster-Stimulus Gewinner und Verlierer unbedingt lesenswert? Ich mache den Link wieder unter dieses Video, sodass Sie dann, wenn Sie Zeit haben, den Artikel lesen. Es wird nicht zu Ihrem Schaden sein. Also, das ist so ein bisschen die Situation, Flucht in die sicheren Häfen, auf vielen Bereichen, Ölpreis, Währungsseite, Anleiheseite, Sektoren, Rotation an den Aktienmärkten. All das heißt nicht, dass es sofort crasht, aber es wird jetzt labiler. Wir werden vor einer schwierigeren Zeit stehen für die Aktienmärkte in den nächsten Tagen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.